Alles Herren, ich sage das nur einmal. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Jeder versucht der Sabotage wird mit dem sofortigen Tod bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken. Ihr habt die Ehre für unser großes Deutsch. Mit dem Tod durch Errengen bestraft. Ist das klar? Erre. So, respira. Respiri. Spira, ancora. Ja, ja, ja.